Die Kontrolle über den Luftraum ist eines der ersten und wichtigsten militärischen Ziele in einem Krieg. Entwickelt hat sich diese Erkenntnis im Ersten, aber vor allem im Zweiten Weltkrieg. So konnte der sogenannte Blitzkrieg, also die schnellen Siege des Deutschen Reiches über Polen und Frankreich nur durch den Verbund aller Waffengattungen gelingen. Vor allem die berühmten Sturzkampfbomber, kurz Stuckas, spielten hier eine entscheidende Rolle. Doch bereits in der Luftschlacht um England musste die deutsche Luftwaffe den ersten Rückschlag hinnehmen. Es gelange nicht die Royal Air Force zu vernichten, geschweige denn die britische Kriegsindustrie zu schwächen, noch die Moral der Briten zu brechen. Der gezielte deutsche Luftangriff auf zivile Ziele war die erste Kriegshandlung des Zweiten Weltkriegs. Deutsche Bomber attackierten in den Morgenstunden des 1. September 1939 die polnische Stadt Wilun, noch vor dem Beschuss der Westerplatte durch die Schleswig-Holstein. Rund 1200 Menschen der Stadt, in der keine militärischen Ziele vorhanden waren, kamen dabei ums Leben. Mit der Kriegserklärung an die USA intensivierten sich die Angriffe auf deutsche Städte. Die Briten flogen nachts, die Amerikaner bei Tag. Zwar war die Messerschmitt Bf 109 mit über 30.000 Exemplaren das meistgebaute Flugzeug des gesamten Krieges, doch gelang es nicht, die Bomberflotten wirklich wirkungsvoll aufzuhalten. So entwarf der Architekt Friedrich Thams riesige Betonfestungen, die gleichzeitig Bunker waren und tausenden Menschen Platz boten. Gebaut wurden die Türmen Hamburg, Berlin und Wien und sollten mit ihren Flugabwehrgeschützen als eine zusätzliche Barriere gegen die alliierten Flieger fungieren. Die bis zu 40 Meter hohen Bunker wurden in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten errichtet. Dieser Faktor verhinderte unter anderem die Sprengung der Türme in Wien nach dem Krieg, da sonst erhebliche Schäden an eben jenen Wohngebieten entstanden wären. Einige Bunker, wie etwa der Flakturm 1 und 2 in Berlin, wurden in den späten 40er Jahren gesprengt und abgetragen, doch die meisten blieben erhalten. Unterschieden wurde in den Gefechtsturm und den Leitturm, der die Feuerleitung übernahm. In keinen anderen Ländern weltweit stehen Bauwerke dieser Art und Größe mitten in den Innenstädten. Sie prägen somit bis heute das Stadtbild, vor allem von Hamburg und Wien. Heute dienen sie glücklicherweise friedlichen Zwecken, wie etwa als Aussichtsplattform oder als Museumsdepot. Abschließend also die Frage, wie effektiv waren die Flaktürme. Hier muss man ganz klar sagen, dass die Türme gegen die Masse an alliierten Bombern keine adäquate Gegenwehr leisten konnten. Der eigentliche Vorteil bestand in dem effektiven Schutz der Bevölkerung durch die meterdicken Mauern. Deine Bühne Die Flakturm